Die historische Drehbrücke am Schweriner Schloss. Sie verbindet die Schlossinsel mit dem Schlosspark. Da früher regelmäßig Lastenkähne die Brücke passierten, musste sie drehbar sein. Die Lösung, wird die Brücke nicht bewegt, dann liegt sie fest in einem Ruhelager. Zum Drehen wird sie mittels Kurbel auf ein Drehlager gehoben, auf den sogenannten Königsstuhl. So kann der Brückenwärter, die 22 Meter lange und mehr als 8,5 Meter breite Brücke entspannt per Hand mit einer Kurbel bewegen. Etwa 15 Minuten lang dauert die Öffnung. Wartezeit, die man für dieses Schauspiel doch gern in Kauf nimmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017